Es war erst ein paar Tage her, seit Ludwig I. nach dem Tod seines Vaters am 13. Oktober 1825 König von Bayern geworden war. Da erliess er eine Anordnung, die weitreichende Folgen für sein Königreich hatte. Ich will ferner, dass, wo der Name Bayern vorzukommen hat, er, wie es eben von mir geschah, geschrieben werde, nämlich mit einem Y statt I. So steht es geschrieben, ganz am Ende des Protokolls des Bayerischen Staatsrates vom 20. Oktober 1825. Darunter die Unterschrift von Ludwig I., wie ein Bild aus dem Staatsarchiv zeigt. Gänzlich fremd war die Schreibweise damals nicht. Schon im Mittelalter wurde Bayern manchmal mit Y geschrieben. Doch dass gerade jetzt, per Anordnung, im Namen des Königreichs Bayern aus dem I definitiv ein Y aus dem griechischen Alphabet wurde, war kein Zufall. Griechenland war in Europa zu jener Zeit gross in Mode. Und König Ludwig I. war ein grosser Griechenland-Fan, der Griechenland als Land der grossen Philosophen und als die Wiege der Demokratie bewunderte. In einer Dokumentation des deutschen Fernsehsenders Phoenix sagte Nachkomme Franz Herzog von Bayern, Seine Verbindung zu Griechenland war eigentlich die romantische Bewunderung für den Freiheitskrieg. Und das hat sich ja dann auch politisch ausgewirkt. Er hat seinen Sohn nach Griechenland geschickt. Dieser Sohn Otto wird 1832 König von Griechenland. Erst drei Jahre zuvor hatte sich Griechenland im Unabhängigkeitskrieg aus dem Osmanischen Reich gelöst. Dass nun ein Bayer Griechenland regierte, zeigte sich auch bei der Flagge. Aus dem dunkleren Blau wurde ein helleres, entnommen aus dem Wappen der bayerischen Königsfamilie Wittelsbach. Auch in Bayern wurde die Liebe der Königsfamilie zu Griechenland unter Ludwig I. sichtbar. So liess dieser auf dem Königsplatz in München die Gebäude nach dem Vorbild der griechischen Antike errichten. Ein Torbau in Form eines griechischen Tempels finanzierte Ludwig I. aus privaten Mitteln. Es gibt ja viele Anekdoten, wenn grosse Essen waren in der Residenz und es ist viel Brot übrig geblieben. Dann hat er zum Diener hinter sich gesagt, morgen gibt es Brotsuppe. Da war er wirklich geizig, aber wenn es dann um die Kunst gegangen ist für den Standort Bayern, da war er dann grenzenlos grosszügig. Sagte Nachkomme Franz Herzog von Bayern. Ein Athen an der Isar errichten, das war der Traum von Ludwig I. Er war Kunstsammler und Kunst und Politik gehörten für ihn eng zusammen, wie er einmal in einer Rede sagte. Des Staatsmannes Werke werden längst vergangen sein, wenn die des ausgezeichneten Künstlers noch erhebend erfreuen. Ludwig I. hat sich aber nicht nur an der Kunst erfreut. Zahlreiche Affären werden dem tieffrommen Katholiken nachgesagt. Mit Schauspielerinnen, Sängerinnen und Tänzerinnen. Als sich eine dieser Frauen, die Tänzerin Lola Montes, immer stärker in die Politik einmischte, wurde es den Untertanen zu viel. Ludwig I. musste 1848 abdanken. Bleibt noch die Frage, weshalb die Sprache bayerisch trotz des Erlasses von 1825 weiter mit einem «i» geschrieben wird. Das hängt damit zusammen, dass dieser Dialekttyp auch ausserhalb des bayerischen Territoriums verbreitet ist. Etwa in Österreich oder in Samnaun im Kanton Graubünden. Und da hatte der bayerische König Ludwig I. reichlich wenig zu melden.